so wir laufen jetzt auch schön wieder zurück denn wir haben äh schon ich glaub gut 20 23 minuten vorbei naja etwas Entwicklung kann ich immer gut gebrauchen hier kann ich mich eigentlich eindecken mit schweinefleisch danke hühner danke hühner dass ihr mir eier beschert gibt mir leder ihr kühl oh mein gott was kann man hier alles holen das ist das reinste schlaraffenland komm gib mir leder ich brauche äh ich glaube 60 64 leder für einen kompletten verzauberungstisch die frage ist warum brauche ich den denn ich habe ja sowieso jetzt habe ich eier mein gott ich glaube das leckt hier wieder etwas wegen den ganzen npcs puh gibt es hier viel ähm okay vielleicht sollte ich mal die blueberries essen so habe ich weniger mitzuschleppen da sind wieder eier schön hier sind auch eier eier für hühner sind super ich habe jetzt glaube ich aber nur vier und die chance ich glaube ich sollte mindestens zehn mitnehmen und deshalb laufe ich hier noch ein bisschen rum raspberry sind doch äh himbeeren glaube ich ich bin mir jetzt nicht sicher aber ich glaube es ist so oh mein gott wie viele es hier einfach nur gibt äh ja ich würde sagen ach schlachten ich will eigentlich nicht alle schlachten ich brauche vor allem die tieren noch ach auf jeden fall ähm waypoint so dann back to game so hühner gib mir eier komm ich brauche eier vielleicht äh ja okay haben die vielleicht bewegende bäume oder sowas eingebaut das wäre auch schon geil in der wald wandern würde vieles hier einfach nur gibt ja schnuppere den ruhig am arsch rum ich kann schon allein nicht mehr einsammeln bis zum schnuppere den ruhig am schnuppere den ruhig am schnuppere den ruhig am d dadurch, man auch steigt. Äh. Ich hab jetzt 25 Leder. Boah. Leck ohne Ende. Ich hab noch keine Eier mehr gefunden. Das find ich schade. So, jetzt könnte ich mir 10 Bücherregale bauen. Ich glaub, das Leder baue ich auch noch für andere Sachen. Oh mein Gott. Sollte so langsam wieder zurück. Und ich möchte ja auch noch den Shunk-Loader bauen. Das Ding läuft, während ich auf Wanderschaft bin. Soll. Soll. Ich geh mal wieder zurück. Boah, was das für Bäume sind. Sehr gute Frage. Trotzdem hätte ich gerne ein paar Slimes. Oh. Da waren Hunde. Hätte ich bestimmt auch gut gebrauchen können. So, komm, ab nach Hause. Wenn ich jetzt noch irgendwo Slimes finde, dann ist das super, aber das muss nicht sein. Aber es könnte gut sein. Es muss aber nicht sein. So, äh... Da ist ein Enderman. Endermänner brauche ich gerade nicht. Komm. Ich sollte nicht so viel fliegen. Na, was willst du, Spinne? Hm? Okay. Okay. Ist hier ganz schön hoch. Na, kann ich mit dem Zeug noch nach Hause? Fliegen bestimmt. Ich hab noch acht. Und falls nicht, lande ich halt auf weichen Füßen. So. So, ja. Das reicht. Da seh ich auch schon meine Anlage wieder. Super. Dann sind wir jetzt zu Hause. Boah, ich muss nicht höher hinsetzen. Sonst, äh, sieht man mich nicht so schön. Hm. Egal. So. Wir sind zu Hause. Wir haben jede Menge Zeug dabei. Oh Mann. Sech... Fast 60. Das sind, äh... 28 Bücherregale. Das ist fast das Maximum, was wir haben. So. Was wollte ich jetzt machen? Ja. Nein. Ähm. Strings weg. Das weg. Das weg. Das weg. Gunpowder weg. Das weg. Äh. Oh, Sand haben wir hier nicht drin. Okay. Ich kann hier eigentlich... Einiges schon wieder. Gravel, Sand. Scenes, Cobblestone, Dirt. Shedstone. Wohl. Volle. 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 Das kann ich eigentlich alles oben in den... In den geliebten Dings tun. Recycler. So. Woohoo. So. Woohoo. Woohoo.